Endlich wird wieder weltweit nach der Liebe gesucht. Bauer sucht Frau International, geht in eine neue Runde, und eine Kandidatin hat ein trauriges Geheimnis. Bauer sucht Frau International, RTL Kuppelshow geht in neue Runde. Nach nur wenigen Monaten Pause geht es endlich wieder los. Auf RTL suchen einsame Single-Landwirte nach dem Mann oder der Frau fürs Leben. Und zwar erneut weltweit. Am 3. Oktober geht Bauer sucht Frau International mit Moderatorin Inka Bause, 54, endlich wieder los und vorab wurde bekannt. Dass Kandidatin Marisol, 65, schwere Zeiten hinter sich hat. Die 65-jährige Bauer sucht Frau International, Kandidatin lebt in ihrer Wahlheimat Kolumbien. Marisol, die chilenische und deutsche Wurzeln hat, verbrachte bereits einen Großteil ihrer Jugend in Südamerika, bevor sie als Teenagerin nach Deutschland, der Heimat ihres Vaters, kam. Doch dann traf Marisol ein schlimmer Schicksalsschlag, denn die Landwirtin erkrankte schwer an Krebs. Letztlich besiegte sie die Krankheit zwar. Doch die veränderte ihre Sicht auf ihr Leben komplett. Die RTL-Kandidatin riss alle Zelte in Deutschland ab und zog kurzerhand in ihr Seelenland, Kolumbien, indem sie ein riesiges Grundstück kaufte. Hier baut Marisol seit Jahren Kaffeebohnen an und lebt auf ihrem Hof zusammen mit Pferden, Ochsen, Schweinen und Gänsen. Nun soll es dank, Bauer sucht Frau International und Inka Bause auch mit der großen Liebe klappen. Ihr Mr. Reit soll intelligent, strukturiert und gefestigt sein. Darf aber auch gerne mal impulsiv handeln. Ein Absolutes muss, Spanischkenntnisse oder zumindest der Wille dazu, die Sprache zu erlernen. Ob Marisol ihren Traummann finden wird? Das sehen wir ab dem 3. Oktober bei RTL und jederzeit bei RTL Plus.